hallo liebe fußballfreunde willkommen auf händers fußballecke ja hallo liebe fußballfreunde ich habe ein neues fußballquiz für euch heute zeige ich euch die verbandslogos der nationalmannschaften der em 2021 einmal das falsche verbandslogo und das richtige und ihr müsst natürlich das richtige logo erraten dann viel spaß so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.